Wir fahren jetzt... Entschuldigung! Wer da steht, ey! Scheiße! Ich will halt auch mal sexy sein. Sag mal! So hässlich bin ich auch wieder nicht. Okay, jetzt wird's schon besser. Erzähl mal lieber, wo ihr hinwollt. Wir gehen jetzt die sexy Sessel abholen. Ja, Mann. Noch mal mit mehr Sex in der Stimme, bitte. Wir gehen jetzt unsere mega geilen sexy Sessel abholen, die wir für unseren Laden ganz günstig geschnappt haben. Die sind brutal geil aus richtig dickem Leder. Und da freuen wir uns richtig drauf. Alles klar. Kommt, fahrtlos. Aber sexy. So, wir sind jetzt hier bei dem Hamburger Möbelladen, wo wir unsere Möbel abholen. Also die Sofas und die Sessel. Wo machen wir das? Wir zwei nehmen an, er wirft rein. Tja. Einer geht schon mal rein. Der eine trägt, der eine nimmt wieder an. Und dann hopp, die wupp, die wupp, shake, racketang, peng, peng. So läuft der Hase. Jetzt laden sie die Dinger gleich ein. Wir wollten doch mal einen Blick auf eure super sexy Sessel werfen. So läuft der Hase, ey. Perfekt. Das ist er? Das ist Orgasmus hoch 10, ey. Was? Willst du mal aufmachen? Jetzt habe ich im Laden für den einen Sessel 1000 Euro bezahlt, für die anderen beiden auch. On top habe ich dann nochmal ein 3er Chesterfield Sofa und ein 2er dazu geschenkt bekommen. Also das war ein brutales Schnäppchen. Ich setze mich mal rein. Wie man sieht, sitze ich halt wie der Baba. Diese dicken Armlehnen, diese dicke, fette Polstern hinten am Rücken. Und jetzt kommt natürlich das Allergeilste. Aber wenn man natürlich wirklich sich wie ein König fühlen möchte, kann man halt natürlich noch die Funktion. Und dann kann man sich richtig schön die Füße massieren lassen. Von mir aus die Hände, von mir aus auch ganz andere Stellen. Mir ist es völlig egal. Ich finde den Hammer geil. Also was Besseres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wirklich nicht. Sehr, sehr geil. Da ich Türke bin, kann ich auf jeden Fall brutal handeln. Und da habe ich natürlich den Türken komplett raushängen lassen. Und es hat funktioniert, wie man sieht. Das ist doch mal Lord and Farmer Style hier. So läuft der Hase und nicht anders. Wie der Hase läuft, wissen wir nun. Aber wie fühlt ihr euch, Männer? Extrem gut. Ich meine, wir haben jetzt das ganze monatelang geplant. Und nun geht es endlich los. Das fühlt sich gut an. Vor allem, weil es auch einfach gut klappt. Ja. Man sieht Fortschritt. Man hat sich vorher alles nur ausgedacht. Jetzt sieht man mal realen Fortschritt. Wie es in echt wird. Und bis jetzt alles so, wie wir es uns gedacht haben. Und auch noch im Zeitplan. Aktuell. Zumindest. Dann will ich euch auch nicht länger aufhalten. Sonst heißt es am Ende, ich wäre schuld, wenn ihr es nicht schafft. Drei Wochen später. Um den Eröffnungstermin zu halten, haben die drei Maniküren richtig Vollgas gegeben. Jetzt sind nicht nur ihre Hände rissig, sondern noch die Köpfe leer. Ja. Na? Noch Bock? Hm? Mega. Nee. Ich kann ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich jetzt mich drauf freue. Ja schon. Aber es ist noch nicht so, wie ich es möchte. Es ist alles noch so, noch nicht ganz clean. Also ich, diese zwei Tage muss auf jeden Fall hier noch was passieren. Was ist alles passiert? Also wir haben in der Zwischenzeit vieles gemacht. Wir haben Tapeten angebracht. An allen Wänden mit schönen Deko-Leisten obendran. Die Wände wurden nach gestrichen. Die Bar ist quasi fertig mit Platte obendrauf und Verkleidung. Die Paletten sind hinten an der Wand, um halt die Flaschen dort reinzustellen. Ja, also ich sag mal, in den letzten sechs Tagen ist hier richtig viel passiert. Und war auch jeden Tag Stress angesagt. Richtiger Stress. Und bin zu gar nichts gekommen ehrlich gesagt, außer nur morgens aufstehen, herkommen, nach Hause schlafen, aufstehen, morgens herkommen. Also nur so. Aber hat sich gelohnt? Es sind nur noch zwei Tage zur Eröffnung. Das ist ziemlich wenig Zeit. Aber Schafak hat letzte Woche echt gezaubert mit den Handwerkern. Aber die letzten Tage, Wochen waren echt stressig. Mit Bewegungsmelder geht auf jeden Fall schon mal das Licht an. Wir haben hier eine neue Schiebetür dran. Die ist auch noch nicht ganz fertig, aber passt. Ja, das ist ein Künstler, der auch die Bar gemacht hat, wie man vorher gesehen hat. Das ist so eine Sechsbeschichtung, keine Ahnung, er ist halt Künstler. Spachteltechnik, dies, das. Ja genau, Spachteltechnik, dies, das. Wie man auch hier so schön sieht, mit einer coolen Lampe. Die Toilette ist schon echt sehr sexy geworden. Da freuen wir uns sehr drauf. Wie eigentlich sexy. Schafak war zwei Tage vor der Eröffnung wahnsinnig, äh, äh, wie sagt man, aktiv stressgeladen, sag ich mal. Aber im nicht so negativen Sinne, sondern er hatte irgendwie im Kopf eine To-Do-Liste von irgendwie 20 Punkten, die mussten fertig werden bis zur Eröffnung. Und wenn dann Sachen nicht klappen oder Sachen länger dauern, dann wird er auch mal gereizt. Dann, äh, muss man ihn auch mal ein bisschen runterbringen so, aber dafür sind wir auch da. Und, äh, ja, also manchmal hat er auch ein bisschen viel Energie, aber das ist eigentlich was Positives. Zwei Tage vor der Eröffnung des Beauty-Salons ist von zu viel Energie nicht viel zu spüren. Bis auf die Sessel fehlt die Inneneinrichtung komplett. Große Teile des Ladens sind sogar noch Baustelle. Und Strom liegt auch noch längst nicht überall. Die Zeit drängt. Endlich kommt Schafak auf Betriebstemperatur. Und es dauert nicht lange, bis seine Laune die Abgaswerte eines Dieselmotors erreicht. Mal reinhören. Kann man das mal anmachen? Hallo? Hallo? Kann man das anmachen? Hallo? Hallo? Ohne Strom? Kein Licht? Was ich dachte, ist schon fertig. Nee, fertig bist nur du. Ben nimmt's mit Galgenhumor. Guck mal, ich kann das ohne Leiter. Sehr witzig, Ben. Hat hier irgendwer einen Klugscheißer gerufen? Nee, aber einen Dramatiker. Das RTL-2-Schnäppchentheater präsentiert Der Stuhl. Ein Drama in fünf Akten. Die Hocker für die Mädels, dass sie bei der Behandlung auch ordentlich bequem durch die Gegend rollen können. Schafak der Kühne hat Großes im Sinn. Einen Stuhl will er bauen, das kriegt er doch hin. Der Aufbau, so scheint's, geht ihm leicht von der Hand. Doch die Höhenverstellung raubt ihm fast den Verstand. Stress hab ich nicht. Bin einfach nur unter Druck. Weil ich mir selber den Druck mache, weil ich schnell fertig werden möchte. Auftritt von Bruder Ben, den ich auch den Besserwisser nenne. Das ist scheiße. Was hast du denn da bestellt, Alter? Dieses muss ja nur da reingesteckt werden. So meine ich das nicht. Ich meine andersrum. Du baust es doch erst auf die Rollen und dann so rum. Jetzt setz dich einfach drauf. Geht nicht? Nein. Bist du einer Anleitung bei? Also ich glaube, für vier Schrauben braucht man keine Anleitung. Abfahrt. Verhöhnt und verspottet wirft unser Held. Ein Blick ins Papier, das ihm so sehr missfällt. Bist du noch so eine Kappe drauf oder gewesen? Nee, da ist gar nichts drauf gewesen. Ein kleines Teil der Störenfried, doch an den Falschen er geriet. Das war die Schutzkappe. Wofür braucht man eine Schutzkappe? Das Gewinde nicht. Sollen wir reindrehen, oder? Bei deinem Drehgewinde? Aber das bringt uns nichts. Das ist scheiße. Der Stuhl in seiner vollen Pracht rollt lieblich gar und herrlich sacht. Doch letztlich hat es nichts gebracht. Na, die sind leider ein bisschen zu hoch. Weil, wenn hier die Füße bearbeitet werden, Achtung, geht's maximal so tief. Das heißt, wir sind hier auf normaler Stuhlhöhe. Wir müssten eigentlich auf dieser Höhe arbeiten. Sprich, man müsste eigentlich ... Alten Knochen gehen auf den Boden. So, ungefähr auf dieser Höhe sitzen. Das wär okay. Das heißt, der Hocker ist ein Tick zu hoch. Der müsste so 15 Zentimeter tiefer sein, dann wär alles gut. Und ist der Plan erst ruiniert, dann motzt es sich ganz ungeniert. Die wollte ich von vornherein schon haben. Das sind so kleine Mini-Turnböcke als Zocker. Und die passen sowieso viel besser hier rein. Ich wollte die ganze Zeit schon haben und konnte meinen Willen leider nicht durchsetzen, weil die anderen beiden dagegen waren. Aber jetzt hab ich halt gewonnen. Hab ich überhaupt nicht dagegen. War das denn? Ich seh die Dinger das erst mal. Das Ende dieser Meer. Einer lügt. Doch wer? Jungs, kommt mal her. Lass uns mal alles positionieren, damit wir das hinter uns haben. Den Rest könnt ihr später machen. Danke. Warte. Das war grad zu gemütlich. So, auf geht's. Die drei von der Schminkstelle haben sich bei der Deko für den klassischen Mid-Century-Modern-Look entschieden. Werbung der 50er und 60er Jahre. Also aus einer Zeit, als Männer noch echte Männer waren und wussten, wo der Hammer hängt. Auch die Bar hat jetzt Licht. Apropos. Jungs, Benjamin, lass uns endlich mal das machen, worauf wir die ganze Zeit schon warten. Lass uns mal diese scheiß Fansets öffnen. Was sagt ihr? Aufgeben. Oder ich kann ja schon mal nur gucken, ob das überhaupt funktioniert. Auf dem Fall. Es würde funktionieren. Na dann, rein mit dem Tageslicht in die dunkle Männerhöhle. Es ist ja bekanntlich der erste Eindruck, der die Laufkundschaft anzieht. Der Laden kann sich sehen lassen und das Konzept ist brandaktuell. Vielleicht zu aktuell. Dieser Herr scheint ja ganz überrascht zu sein, dass man ihn sieht. Das wird doch nicht schon der erste Spion der Konkurrenz sein. Also ich bin extrem zufrieden. Ich auch. Also es ist ein Hammer, was wir geschafft haben. Also heute war so ein Tag, da sieht man extrem viel am Ende des Tages. Sonst waren die Tage immer so, dass man viel geschafft hat, aber man hat nicht viel gesehen. Aber heute sieht man einfach, okay, wir sind durch. Scheitern gibt es eigentlich in so vielen Möglichkeiten, dass das Scheitern spielt immer eine Rolle, wenn man etwas Neues aufbaut. Scheitern ist ein Wort, was ich gar nicht kenne. Es gibt das Scheitern kurzfristig, nenne ich das mal, das Scheitern, ich sag mal, der Baustelle, weil ganz viele Sachen nicht klappen und wir müssen die Eröffnung nach hinten schieben. Zeitdruck ist genau so ein fremdes Wort für mich. Gibt es auch nicht in meinem Wortschatz. Das ist alles überhaupt gar kein Thema, weil wir halt wirklich richtige Maschinen sind. Ja! Das sagt er. So, aus die Maus. Jetzt ist gut. Jetzt müssen wir weitermachen hier. Na dann mal reingehauen. Nein, Schafak arbeitet mittlerweile nicht bei einem Getränkelieferdienst. Heute ist endlich Eröffnung vom Hamburger Beauty-Salon Lord & Farmer. Deshalb kratzt Julian auch in der Fensterscheibe herum. Ich mach das demnächst jetzt weg, weil, ja, ab heute ist der Laden offen. Wer hätte das gedacht? Wie geht's den Eigentümern? Mombenmäßig zuerst. Mega gut. Und ein bisschen müde. Ja. Und du? Ja, Stimmung ist mega. Also ich freu mich. Merk ich. Bei ihm stirbt der Bär in seinem Körper. Es kriegt jetzt ein Motto, nicht hinsetzen. Ja. Ansonsten dynamisch bleiben. Dynamisch bleiben. Ja, das stimmt. Vielleicht sind noch ein paar gute Mädels da. Das ist mein Part. Und vorher noch ein bisschen Muckis trainieren. Trotz Schietwetter lässt sich Schafak die Laune nicht vermiesen. Es regnet. Und ich bin jetzt ein bisschen in Zeitdruck. Aber ansonsten bin ich völlig entspannt. Ich bin jetzt ganz gut. Bisschen gestresst. Bisschen angeschlagen leider. Bisschen krank. Aber die Öffnung ziehen wir durch. Nur noch ein paar Sachen zu machen. Bisschen Probleme mit der Getränkelieferung. Aber kümmern wir uns drum. Und jetzt geht's gleich los. Und was machst du gerade? Ich kümmere mich gerade noch um die Beleuchtung der Bar. Wir haben hier so einen LED-Streifen gekauft. Und wenn alles gut geht, kann ich den jetzt einfach hier so eine schön Fernbedienung steuern und auch die Farben wechseln. Und ja, hat geklappt. Perfekt. Ich hab ein sehr gutes Gefühl eigentlich. Ich glaube, trotz des Wetters wird es hier sehr, sehr voll werden. Weil wir haben jetzt allein über Facebook so an die 190 Zusagen für heute. Ich sehe schon, im Feiern seid ihr ganz groß. Wie sieht eure Bilanz als Bauherren aus? So, fertig. Fertig mit den Nerven. Aber wir haben es geschafft. Ja. Okay, super. Auf geht's, Jungs. Ab nach Hause, fertig machen, bis die Gäste kommen. Wir sind doch zu Hause. Alter, guckt euch diesen Macker an. Da hat sich aber einer schwer in Schale geworfen. Mh. Mir geht's gut. Jetzt hat auch der Regen aufgehört. Es ist supergeiles Wetter. Mir geht's gut. Ich freu mich auf die Gäste. Ich freu mich auf alles. Ab sofort heißt es Trinken, Tanzen, Taffeltypen. Hamburgs neuste Attraktion zieht die Massen an. Schafak sitzt da wieder König von St. Pauli. Und wo blitzlich ist, sind die Promis nicht fern. Ach, guck mal. Kennen die sich etwa? Du siehst wieder gut aus. Geht's dir gut? Ex-Bachelor Paul Jahnke bei den Schnäppchenhäusern. Da sind wir mal geschmeichelt. Lieber Paul, wir werden jetzt noch ein bisschen Gas geben mit dir. Hast du schöne Hände? Ich kann so schön werden wie du danach? Das geht nicht. Ich finde, zum gepflegten Aussehen gehört das einfach dazu. Und ich glaube, auch jede Frau findet es schön, wenn der Mann gepflegt ist. Und ich glaube, das hat auch nichts mehr mit irgendwie ... ... schwuchtelig zu tun, wenn ein Mann sich pflegt. Sondern ich finde, jeder Mann sollte sich in gewisser Maße pflegen, wie jede Frau auch. Also dann willkommen beim Probeliegen, Herr Jahnke. Schöne Paul, er lässt sich gut gehen. So einen Job möchte ich mal haben. Welchen? Ihn oder seinen? Sein. Hast du dich wohlgefühlt? Sehr. Ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung weitergeben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Hände sehen gut aus. Es ist angenehm. Man sitzt gemütlich. Ich hatte ein nettes Getränk dabei. Insofern, ich würde sagen, das Rundum-Wohlfühl-Paket. Augenscheinlich haben die drei etwas richtig gemacht. Wir sind hundertprozentig zufrieden. Das Wetter hat mitgespielt. Coole, geile Gäste sind da. Und wir haben das hier richtig gerockt. Als Dreierteam haben wir das richtig gut gemacht. Ohneinander wäre das alles nicht so zustande gekommen, wie es jetzt gerade ist. In fünf Wochen ist in diesem Rohbau in der Hafencity eine abgedrehte Geschäftsidee Wirklichkeit geworden. Mit Schnäppchenbudget und jeder Menge Eigenleistung. Ein schöner Salon nur für Männer inklusive eigener Bar im angesagten Mid-century-Garagen-Look. Sogar die Klo sind geil. Ein tolles Ergebnis für unsere drei Maniküren. Auch wenn's nicht immer einfach war. Wir laden das genauso, wie wir ihn haben wollten. Mehr und besser geht schon gar nicht. Wir sind glücklich und sehr happy und freuen uns auf die Zukunft. Auf jeden Fall. So ein, zwei kleine Details sind immer noch da, die man besser machen kann. Aber ansonsten, mega geile Nummer. Das soll erst mal jemand nachmachen. Ja, so sieht's aus. Na denn, wir wünschen euch Jungs immer eine Handbrettnagel unter der Feile. Bei der Give-t' میroent. Das soll das leider nicht gemacht werden. Ja, wir wünschen euch dasällt. Das war's hier. Und dann, wir wünschen euch wie Jungs. Wir wünschen euch Jungs und ich habe ihn mit mir. Und dann, wir wünschen euch Jungs. Wir wünschen euch Jungs und ein klatschen. Wir wünschen euch Jungs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017